Schildern Sie uns das, was Sie gesehen haben? Ja, also das war echt total krass. Wir waren halt da, wir wollten vom Abistress ein bisschen runterkommen, abhängen, so unter Freunden. Und dann sind wir gerade mal drei Tage da und landen voll in so einem Action-Drama. Der, der hat sie einfach, der ist total irre, der ballert auf friedliche Urlauber rum. Also, nee. Haben Sie denn in diesen drei Tagen dann das Ehepaar Wilms kennengelernt? Ja, schon. Also, wir hatten so unsere Parzelle ein Stück neben denen. Und der Herr Wilms war auch direkt am ersten Tag da, das weiß ich noch, hat ein bisschen geholfen beim Zelteaufbauen und so. Und die Frau Wilms war auch echt immer ganz nett, hat Eis vorbeigebracht und sowas. Und ich glaube, die haben sich schon gefreut, sodass ein bisschen jüngere Leute da sind am Platz. Jetzt kommen wir mal zur Sache selber. Als die Schüsse gefallen sind, wo waren Sie da? Ja, also ich kam vom Duschen, bin da halt so rausgekommen. Und dann habe ich gesehen, wie der Lüttke aus dem Vorzelt heraus auf den Wilms geschossen hat. Ja, und dann auch noch auf Frau Wilms. Und das war alles keine 50 Meter von mir entfernt. Und ich habe so Angst gehabt einfach. Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Und ich war total in Panik. Und dann habe ich meinen Kulturbeutel, glaube ich, noch fallen lassen oder so. Und dann habe ich mich natürlich hinter dem nächsten Campingwagen versteckt. Und ich wusste ja nicht, was der macht. Ich habe gedacht, der metzelt den ganzen Campingplatz nieder und läuft am Mock oder so. Hattet der Ralf Wilms denn einen Spaten in der Hand? Einen Spaten hatte der auf keinen Fall in der Hand. Hat der nicht. Hat der Angeklagte auf Sie den Eindruck gemacht, er fürchte um sein Leben? Nee, mal gar nicht. Also der hat gebrüllt. Nicht mit mir und hat da gestanden wie Rambo. Also Todesangst hatte der auf keinen Fall. Du, warst du doch wieder betrunken? Das ist jetzt doch ein Quatsch. Bitte? Was soll ich denn getrunken haben? Sie haben uns doch unser Bier weggenommen. Ich war komplett nüchtern. Also bitte wirklich. Wenn hier einer lügt, dann ist er das auf jeden Fall. Also Frau Sala, ich möchte Sie doch ein bisschen mehr zur Objektivität anhalten, weil Bewertungen, das macht das Gericht oder Juristen. Aber Sie sollen bitte beschreiben, was passiert ist, irgendwelche Geschehnisse, die Sie beobachtet haben oder sonst was. Wenn ich das noch mal nach Ihren Worten zusammenfassen darf, kamen Sie, als die Schüsse fielen, aus dem Duschhaus und sind dann hier rum abgebogen. Zum Zeitpunkt, als die Schüsse gefallen sind, müssen Sie ungefähr hier gewesen sein. Das heißt, zum Tatort hin war mindestens noch dieser Campingwagen davor. Ihre Sicht war absolut eingeschränkt. Sie konnten überhaupt nicht mitbekommen, was sich vor diesen Schüssen ereignet hat, geschweige denn den Gesichtsausdruck des Mandanten. Ja, ich weiß aber, wie der guckt, wenn er sich aufregt. Frau Sala, da verstehen Sie etwas miss. Es geht hier immer nur um konkrete Situationen. Und zwar um die, bevor der erste Schuss gefallen ist. Jetzt hatten Sie da freie Sicht auf den Angeklagten, haben Sie aus eigenen Augen gesehen, wie er das Ehepaar Wilms erschossen hat. Natürlich nicht. Ja, nee, ja, jetzt direkt nicht so, nicht so richtig, nee. Also, die Zeugin ist absolut voreingenommen. Sie hat es doch gehört. Die ist absolut voreingenommen, die Zeugin. Die hat überhaupt nichts Konkretes gesehen. Sie möchten ihn unbedingt nur belasten. Nein, aber gehört habe ich das. Aber gehört habe ich das. Und der Wilms hatte wirklich keinen Spaten in der Hand. Ehrlich nicht. Der Typ ist komplett irre. Du warst ja gar nicht da, du warst ja gar nicht da. Ach, hatten Sie selber Auseinandersetzungen mit ihm? Ja, sicher. Wer nicht? Alle auf dem Platz. Also, wir waren keine drei Sekunden da. Da kommt er schon dahin und tackert uns die Platzregeln ans Zelt und so. Also, ganz komisch. Und dann einmal abends haben wir Musik gehört und dann stand er da und hat sich so aufgespielt und macht das Geplärre sofort aus und setzt es was und so. Also, der war einfach komplett, nee. Haben Sie denn die Musik ausgemacht? Ja, also, wir haben leiser gemacht. Also, es war wirklich nur noch Flisterton. Wir haben es selbst kaum noch gehört. Und er kann das bis zu seinem Wohnwagen auf keinen Fall gehört haben. Und dann aber, das Krasse war, der kam dann fünf Minuten später, kommt er rein und hatte eine Knarre dabei. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Der hat eine Knarre dabei. Das ist unfassbar. Mein Gott, nun seid doch nicht immer betrunken. Ich hab doch gar nicht auf dich gezählt. Ich hab das Ding nur zu meinem eigenen Schutz dabei gehabt, weil es dunkel war. Hallo, ist klar, die einzige Gefahr, die auf dem Platz rumläuft, das sind Sie. Ach, Ruhe da hinten. Doch, der hat sogar unseren CD-Player kaputt gemacht. Wie denn das jetzt? Ja, der hat, der hat dann sich geschnappt, beziehungsweise, der hat einen Kurzschluss provoziert. Ich wollte den Stecker rausziehen, weil ihr die Musik nicht leiser gemacht habt. Und wenn ihr überall das Bier da rumstehen habt, und da hab ich die Flasche nicht gesehen. Da fragen dann die Zeugin Salern. Dann kommen wir noch zum Sohn des Platzwaters. Bodo Kracht, bitte. Und Sie nehmen bitte erst mal an der Seite Platz. Bleibt unvereidigt noch. Herr Kracht. Bitte nehmen Sie Platz. Heute noch. Herr Kracht, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Bodo, Sie sind 33 Jahre alt und wohnen in Köbeck. Was sehen Sie vom Beruf? Ich hab das Bütchen auf dem schönen Winkel. Und seit mein Vater wegen Krebs außer Gefecht gesetzt ist, hab ich auch ein bisschen den Platzwart da übernommen. Das hat man halt davon, wenn man es dem Alten gefallen tut. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Herr Kracht, Sie sind seit Frühjahr 2009 eingesprungen für Ihren Vater. Also Frühjahr 2009 weiß ich aus den Akten. Haben Sie gewusst, dass der Angeklagte ein Jagdgewehr mit Munition auf dem Campingplatz hatte? Nee, hab ich nicht gewusst. Wer soll ich das denn auch wissen? Ich mach ja keine Hausdurchsuchungen oder so. Wer soll ich wissen, dass der Lüttke da ein Waffenfreak ist? Ich bin kein Waffennahr. Ich hab dein Vater zigmal gesagt, da muss ein Wachschutz her. Und die Beleuchtung ist auch unter alle Sau. Aber es war alles zu teuer, ne? Ja, und Sie haben Angst im Dunkeln, nicht wahr? Herr Kracht, was ich nicht verstehe. Ein Platzwart fällt's doch auf, wenn das Gras zwei Millimeter zu hoch ist oder in die Nachbarparzelle ragt. Da haben sich Gäste haufenweise darüber beschwert, weil er mit einer Waffe da rumläuft. Es gibt Gäste, die haben ihren Urlaub abgebrochen und Sie haben nichts dagegen unternommen. Hören Sie da auf mit Schuldzuweisungen. Das hab ich alles bereits hinter mir, ja? Ach so. Beim Hosern, das kann mein Vater nämlich doch ganz gut, ne? So von wegen, ey, ach, bei mir wär das ja nie passiert und so, ja? Ja, ja. Es klingt am Ende aber trotzdem so ein bisschen durch, als ob Sie ganz froh gewesen seien, dass der Angeklagte sich so quasi so eigenmächtig als Ihr Vater Ersatz da aufgespielt hat, als Platzwart. Oder, und dass Sie sich nicht daran kümmern mussten. Mein Vater hat gesagt, ich soll den Laden am Laufen halten, ja? Von Streit schlichten hat er nichts gesagt, ja? Wer hat sich denn am meisten bei Ihnen über Ihnen beschwert? Der Willems, der stand eigentlich jeden Tag bei mir auf der Matte. Der hat den doch gehasst, den Lütke, der hat den gehasst. Der Lütke hat doch meinen Eltern das Leben zur Hölle gemacht. Die hatten sonst nie Stress mit irgendjemandem. Ja, also mir ist Ihr Vater auch ganz schön auf den Sack gegangen. Inwiefern? Ja, er hat mir halt erzählt, wie ich mein Büdchen zu führen hab. Ja, ich hab abends bis 9 Uhr geöffnet und das reicht ja auch, ja? Ein paar Tage vor der Tat kam nämlich die Alte vom Lütke vorbei und wollte noch Bier für Ihren Macker kaufen. War aber nach 9 Uhr, hab ich gesagt, hier, mal auf die Uhr geguckt, Feierabend, da klapp. Die wollte gerade weg, da kam der Willems um die Ecke. Ja, hat mich richtig zur Sau gemacht. Die soll der Frau doch gefälligst noch was verkaufen. Mehr ausgetickt ist der aber richtig. Das zeigt aber doch nur, dass der Herr Willems sich anscheinend für seine Mitcamper eingesetzt hat und sogar letzten Endes für den Angeklagten. Der hätte doch sonst an diesem Abend kein Bierchen mehr bekommen. Das spricht für mich viel mehr für die Streitsucht von Herrn Willems, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, er schreut ja so gar nicht davon zurück, andere Campinggäste auf ihn aufzuhetzen, zwar mit einem riesen Aufwand. Herr Kracht, wie viele Unterschriften waren das noch, die er hat sammeln lassen? 200 ungefähr oder so, ja. Wie habt ihr jetzt hier auf diese Unterschriften gescheitert? Ich lasse mich auf so einen Kindergarten scheißen. Ja, hast recht. Überhaupt gar nicht ein. Außerdem ist der Lüttke der längste Camper bei uns und genießt irgendwie sowas wie Gewohnheitsrecht. Wie hat denn der Ralf Willems darauf reagiert, als Sie seine Forderung zurückgewiesen haben? Total sauer war der. Ich bringe diesen Tyrannen anderweitig noch zur Strecke, hat er gesagt. Na, und dann ist er mit dem Spaten auf mich losgegangen. Muss ich der Lüttke jetzt ins Gefängnis, weil er meinen Ball kaputt gemacht hat? Nein, nicht deswegen, sondern weil er sehr böse war zu Herrn und Frau Willems. Es tut mir so leid, ich wollte das nicht. Frau Lüttke ist bestimmt traurig, wenn jemand ins Gefängnis muss. Er hat sich doch extra noch beim Ralf entschuldigt. Was erzählst du denn da, Nils? Herr Kracht, in der Campingplatzanmeldung der Willems war ja nur die Warsteiner Adresse notiert. Wussten Sie, dass Ralf Willems drei Tage vor seinem Tod eine Wohnung in Paderborn angemietet hatte? Nein, aber wenn Sie mich fragen, hatte der Willems Krebs oder irgendwie anderweitig eine schlimme Krankheit? Weil der hat sich auch viel mehr aufgeregt über den Lüttke als normalerweise. Und bei so einer Krankheit, da verändert man sich ja so ein bisschen, auch von der Psyche her und so, denke ich. Krebs, wie kommt es jetzt da drauf? Ja, er hat halt total abgenommen und sah auch so im Ganzen überhaupt schlecht aus. Und bei meinem Vater fing das genauso an. Und seine Frau, dieses Svenja, ist nur noch mit verheultem Gesicht rumgelaufen. Also wenn ich mit meinen Eltern telefoniert habe, da waren die total glücklich und gesund. Da ist nichts mit Krankheit gewesen. Aber jetzt, im Gutachten steht auch davon, nichts drin sind wir mehr gefunden. Aber was hat Ihre Vermutung jetzt mit dieser Adresse zu tun? Naja, er ist halt direkt in der Nähe von so einer Krebsklinik. Ich weiß das, weil mein Vater da drin liegt. Und ich denke mal, er wird wahrscheinlich für seine Therapie vielleicht eine Wohnung in Kliniknähe gebraucht haben. Das ist Quatsch. Ja, Mama hat gesagt, dass ich ein richtiger Detektiv bin. Oh, auf Detektive bin ich immer gespannt. Noch Fragen an den Zeugen Krach derzeit? Danke, nein. Dann, Herr Krach, das Wesentliche haben wir gehört. Nehmen Sie an der Seite Platz, bleibt unvereidigt. Nils, du weißt ja, wie das funktioniert. Hier, mein Beisitzer macht Platz. So, und dann kommst du nochmal nach oben. Ein bisschen näher zu mir, sonst ist mir das auch hier oben zu weit. Christa, kannst du einsteigen? So. Was kannst du uns jetzt über die Frau Lüttke erzählen? Gleich geht's weiter. Was genau hat der Ralf zu Herr Lüttke gesagt? Bist du traurig, weil du dich immer für deinen Mann entschuldigen musst? Kann es sein, dass du uns etwas ganz Entscheidendes verschweigst? Mein Mann, der hat mir alles genommen. Bleiben Sie dran. Was kannst du uns jetzt über die Frau Lüttke erzählen? Die Frau Lüttke ist viel lieber als ihr Mann. Sie hat mir einen neuen Ball geschenkt. Und sie hat sich entschuldigt, dass ihr Mann so böse war. Das war ja in der Tat sehr nett. Nur, was meint deine Mutter jetzt damit, dass du ein Detektiv bist, hat sie ja gesagt. Hast du jemanden beobachtet, die Frau Lüttke zum Beispiel? Wobei hast du sie beobachtet? Wie sie sich beim Ralf entschuldigt hat. Hat sie ihm auch was geschenkt? Nein, sie hat ihm ein Küsschen gegeben. Bitte was? Bist du traurig, weil du dich immer für deinen Mann entschuldigen musst? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, aber warum sollte Frau Lüttke traurig sein? Weil sie geweint hat, als sie Ralf ein Küsschen gegeben hat. Aha. Willst du darum ein neues Leben haben? Was? Neues Leben? Jetzt verstehe ich noch nicht. Wie kommst du da drauf? Verstehe ich auch nicht. Das hat Ralf zu Herr Lüttke gesagt, als sie sich wegen dem Grill gestritten haben. Das habe ich vergessen zu sagen. Ist das schlimm? Schlimm ist nie irgendwas, überhaupt nicht. Was genau hat der Ralf zu Herr Lüttke gesagt? Dass sie Michaela ein neues Leben anfangen will, ohne den Herr Lüttke. Nils, damit hat es für mich sehr geholfen. Moment, Moment. Ich möchte das nicht in Gegenwart des Kindes geben. Sehr geholfen. Vielen Dank, jetzt gehst du mit deiner Mutter nach Hause. Ich glaube, jetzt wissen wir wirklich mal Bescheid. Dann gehst du da raus. Nils, ich denke, Sie können mit Ihrem Sohn jetzt nach Hause gehen. Frau Lüttke, kann es sein, dass Sie uns etwas ganz Entscheidendes verschweigen? Jetzt sage mal. Frau Lüttke, was soll das Ganze hier? Mein Mann, der hat mir alles genommen. Ich kann jetzt auch nicht mehr. Ich möchte aussagen. Hans-Peter, das ist jetzt vorbei. Ich sage jetzt alles. Ich kann nicht mehr. Sei ruhig. Nein. Nein, das wird Sie nicht tun. Und Sie beeinflussen Ihre Frauen nicht. Sie kommen bitte nach vorne. Kann ich mal dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Doch mal 55. Frau Lüttke, nach dem, was uns das Kind erzählt hat, hatten doch Sie und Herr Wilms ein Verhältnis, oder? Nein, das war mehr als ein Verhältnis. Wir wollten zusammen ein neues Leben anfangen. Das ist doch gelogen. Doch. Nein, erzähl nicht so ein Mist. Dein Vater und ich, das ging von uns beiden aus. Wir beide hatten, der Ralf und ich, wir hatten Eheprobleme. Und wir haben uns auf dem Campingplatz immer unterhalten und sind uns so näher gekommen. Erst durch Gespräche und dann wurde da einfach mehr raus. Haben die beiden ihre Tochter eingeladen, um das mit ihr zu besprechen oder ihr mitzuteilen, dass sie sich trennen wollten? Ja, die wollten sich schon länger trennen, hatten aber schließlich Angst, dass eine Scheidung die Laura aus der Bahn wirft. Aber Laura ist ja jetzt schon 26 und da haben beide sich beschlossen, auch mal was für sich jetzt zu tun, wieder an sich zu denken. Mit anderen Worten, wollte Ralf Wilms versuchen, Ihnen diesen Adresszettel zu geben, oder? Ist das doch die Anschrift, in der Sie dann beide zusammenleben wollten? Dann bist du belohnt und betrogen. Ja, natürlich. Der Ralf wollte mir an dem Tag, als die Laura da war und die Laura erklären wollte, dass sie sich trennen wollten, wollte er mir im unbeobachteten Moment diesen Zettel zustecken. Und Ralf hatte schon alles geplant und hatte auch gesagt, Mensch, pack das Nötigste zusammen, ich hole dich da einfach raus. Und dann auf einmal war dieser Streit da und dann war Ralf tot und Hans-Peter, der wollte doch auch gar nicht da sein an dem Tag. Der wollte angeln gehen, aber das war dem viel zu warm da an dem Tag. Also mit anderen Worten ging es bei diesem Streit nicht nur um den Grill, dann passt die eine Äußerung auch besser. Oder hat Ralf Wilms Ihnen Ihrem Mann gesagt, was Sie beide vorhatten? Es ist, es ist Ralf einfach so rausgerutscht an dem Tag. Der hat geschrien, er stand vor ihm und dann hat gesagt, der kann nicht verstehen, wie ich so lange mit so einem cholerischen Arschloch zusammen sein kann und leben kann. Er hat gesagt, heute ist mein Glückstag, er will mich von ihm befreien. Das hat er gesagt. Und notfalls mit Gewalt. Dann ging es dem Ralf Wilms ja gar nicht um irgendwelche Nachbarschaftsschreitigkeiten, als er bewaffnet auf ihn zuraste. Es ging um Sie. Ralf hat überhaupt keinen Spaten in der Hand gehabt. Das ist doch gelogen. Das heißt, der Mann hat nicht aus Notwehr gehandelt. Er hat Ralf Wilms mit voller Absicht deswegen erschossen, weil er wusste, dass Sie sonst mit ihm weggehen würden. Natürlich hat er geschossen. Ich habe erst gedacht, als er erfahren hat, der wird mich grün und blau schlagen. Ich habe einfach Angst vor meinem Mann gehabt. Und ich bin dann in den Wohnwagen zurückgerannt und habe die Tür zugemacht. Und dann habe ich den Schuss gehört. Und ja, dann weiß ich auch nicht. Aber da renne ich doch nicht rein, sondern ich renne raus und helfe doch. Ja, aber... Erzählen Sie, dass Sie meinen Vater geliebt haben und lassen den einfach da draußen erschießen? Ich habe ihn wirklich zutiefst geliebt. Das ist alles Schwachsinn. Ich hatte halt nicht die Courage wie deine Mutter. Deine Mutter, die muss da irgendwo zwischengegangen sein. Und ich habe ja nur die Schreie von innen gehört. Ja, genau da hätte man helfen können. Genau da. Was hätte ich machen sollen? Ich hatte keinen Mut mehr. Ich hatte furchtbare Angst vor diesem Mann. Der hat gesagt, wenn ich hier irgendwas sage, dann bringt er mich um. Wie ist der Spaten in die Hand von Vater der verliebten Klägerin gekommen? Verdammt nochmal! Verdammt nochmal! Ich überhaupt begriffen habe, was da passiert. Da hat mein Mann über den Zaun vom Nachbarn gegriffen und hat den Spaten genommen. Ach, hat dem einfach Ralf die Hände gelegt. Herr Lütke, jetzt haben Sie die Gelegenheit, nachdem ich diese Aussage komplett hatte, dazu Stellung zu nehmen. Ich höre! Nein! Dann nicht. Noch Fragen an die Zeugin Lütke? Nein. Bleibt unvereidigt. Frau Lütke, nehmen Sie bitte hinten Platz. Werden Anträge gestellt? Schließlich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Räumann. Hohes Gericht, selbstverständlich ist der Angeklagte hier wegen zweifachen Mordes schuldig zu sprechen. Eine Notwehrsituation ist absolut abwegig. Wir haben zum einen gehört, was den Herrn Ralf Wilms angeht, dass er den Spaten nicht in der Hand hatte. Das sagt uns nicht eine Zeugin, das sagt uns auch noch eine zweite Zeugin. Wir haben zudem das Gutachten der Gerichtsmedizin, der sagt, hätte er den Spaten tatsächlich im Moment des Schusses in der Hand gehabt und im Moment des Todes, hätte er ihn losgelassen. Sie haben ihm den Spaten in die Hand gedrückt. Punkt eins. Und wieso bezüglich der Frau jetzt auch noch eine Notwehrsituation bestanden haben soll, ist mir vollkommen schleierhaft. Das ist definitiv nicht so gewesen. Und die Frau haben Sie auch gezielt erschossen. Da Sie sich irgendwie rausreden wollen mit einer fahrlässigen Tötung, wie Sie es am Anfang gemacht haben, ist vollkommener Unsinn. Das war kein Querschläger, das war ein ganz sauberer Schuss. Mordmeckmal, Frau Vorsitzende, ist gegeben. Wir haben ja jetzt das Motiv gehört. Seine Frau sollte natürlich nicht weggehen. Seine Frau ist sein Besitz, die wird verteidigt. Deshalb musste der Mann sterben, der sie ihm wegnehmen wollte. Eifersucht, nennen Sie es, wie Sie wollen. Besitzsucht, auf jeden Fall der niedrige Beweggrund. Und die Frau, die dann da auch noch dabei war, die musste jetzt natürlich als Zeugin beseitigt werden. Ich beantrage deshalb für den Angeklagten, eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe zu verhängen. Sehen Sie es positiv, Herr Lüttke. Das ist doch nach einer kurzen Umgewöhnungszeit fast wie Dauerkämpfer. Und dann auch noch umsonst. Herr Staatsanwalt Römer, vor euch Sörbel in Tarsitz. Danke, Frau Vorsitzende. Und das Gericht, wir können den niedrigen Beweggrund hier nicht benennen, wie wir es wollen. Sie müssen den feststellen und das können Sie ja nicht. Es fehlt ganz klar an einem Mordmerkmal. Meines Erachtens feststellbar ist hier, mangels eines Mordmerkmals, der Totschlag zum Nachteil von Herrn Wilms und die fahrlässige Tötung zum Nachteil von Svenja Wilms. Denn eins steht meines Erachtens schon fest. Wir haben hier durch die Zeugin Sala das schon hier klar gesehen. Er stand in diesem Vorzelt und er hatte eben halt nur eine ganz eingeschränkte Sicht. Und er konnte nicht sehen, wie Svenja Wilms auf einmal dazu kam. Er hat zwei Schüsse abgegeben und ein Schuss davon ist eben nicht zielgerichtet auf Svenja. Hat Svenja eben halt getroffen und getötet. Deswegen liegt meines Erachtens hier nur zum Nachteil von Svenja Wilms eine fahrlässige Tötung vor. Ich bitte um milde Hohes Gericht. Vielen Dank, Frau Minister Wildin-Tasic. Wollen Sie einen Antrag stellen, Frau Wilms, als Nebenklägerin? Nein. Herr Lütke, Sie haben das letzte Wort. Meine Frau lügt. Ich habe aus Notwehr geschossen. Und dabei bleibe ich, du. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen Totschlags und wegen Mordes jeweils in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Das Jagdgewehr wird eingezogen und hat direkt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Folgender Beschluss, der Haftbefehl bleibt aufrechterhalten aus den Gründen des heutigen Urteils. Herr Lütke, wir haben keinerlei Zweifel, dass Sie beide Male vorsätzlich geschossen haben. Nur das erste Mal können wir Ihnen die niedrigen Beweggründe nicht nachweisen und alles andere funktioniert hier eh nicht, weil es zu spontan gewesen ist auf die kurzfristige Auseinandersetzung. Ihr Vater sich halt so geärgert hat nach dem Motto, dann sagt er ihm eben was. Das ist das eine. Beim anderen sind aber unzweifelhaft Mordmerkmale gegeben zur Verdeckung einer Straftat. Denn ihre Mutter ist dazugekommen. Sie hat sie auch gehört. Sie haben sie also auch gehört. Und dieser Schuss ist ganz klar frontal abgegeben worden. So, und da kann niemand mehr in dieser Art und Weise dazwischenlaufen. Das war ein ganz klar gezielt, dass sie hier keine Zeugen für die Tat haben wollten. Denn dann hätten sie eben auch keinen Spatten mehr in die Hand drücken können. Ich weiß eines nicht so ganz, Herr Kracht. Und wie man sich so heraushalten kann, wenn jemand wie er einen Campingplatz derartig terrorisiert. Nur wo das hinführen kann, wenn man jemand wie ihn immer gewähren lässt und keiner ihm sagt, bis hierher und nicht weiter. Dann entwickelt man sich zu einem selbst herrlichen Typen, wie Sie es geworden sind, Herr Lübcke. Sie werden lange genug Zeit haben, im Vollzug darüber nachzudenken. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen binnen eine Woche ab heute. Die Behandlung ist geschlossen.